Und wir kommen als nächstes zu dem Bereich Pneumologie und haben da den Block zum Eimer aufgeteilt in Asthma und COPD, was ja als Behandlungsmöglichkeiten wichtig ist, auch für den ambulanten Bereich, für den stationären Bereich und auch ein wesentlicher Teil natürlich der DMP-Zertifizierung ist. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil sich in diesem Bereich auch in den letzten Monaten und Jahren immer wieder was tut und es neue Therapieoptionen gibt, möchten wir den nochmal besonders darstellen. Und dann natürlich in einem zweiten Absatz auch auf SARS-CoV-2, COVID-19 eingehen mit aktuellem Stand und insbesondere der Impfung und der Impfprophylaxe, wo wir da stehen. Und erzählen wird uns das alles Herr Dr. Esser, bekannt als Doc Esser, den wir sehr herzlich begrüßen und der uns jetzt dieses Thema zunächst Asthma und COPD näher bringt und uns an seinen Ausführungen teilhaben lässt. Vielen Dank, Herr Esser. Vielen Dank für die nette Worte, Herr Professor Sievers. Ja, vielen Dank, dass ich hier auch reden darf auf dem ersten virtuellen Remscheider-Erztetag. Und es geht natürlich um die Behandlung der stabilen CPD, um die Behandlung von Asthma. Da hat sich nämlich einiges getan in den letzten zwei, drei Jahren, was ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich nicht vorenthalten möchte. Und dementsprechend legen wir einfach mal los. Ich habe natürlich hier keine Interessenkonflikte, aber ich glaube, das sollte sowieso klar sein. Tja, wir fangen mit der CPD an. Bis vor einigen Jahren war die Behandlung der CPD noch recht einfach. Man hat es sich nämlich anhand der Stadien entlang gehangelt. Je schlechter ein Patient von der FEV1 war, also von der Lungenstärke, desto mehr wurde an Dosier-Aerosolen in die Therapie reingegeben, über bronchodilitative Therapien, dann eben auch über Corticoid-Aerosol-Inhalativa, plus dann eben zum Schluss dann DAXAS. Man hat dann irgendwann mal gesagt, es wäre doch ganz nett, wenn ich die Patienten auch mal zu Wort kommen lasse. und hat die mit einbezogen in die neue Klassifikation. Sprich, man ist nicht mehr nach den Stadien gegangen, 1 bis 4, sondern man hat Gruppen erschaffen. Die Gruppen waren A, B, C, D. Und A waren natürlich die Patientengruppe, die noch sehr, sehr leicht betroffen waren vom Krankheitsverlauf. Während die Gruppe D die Patienten waren, die eine sehr hohe Symptomlast haben, die auch angegeben haben über den CAT-Test beispielsweise und die von der Lungenstärke stark eingeschränkt waren und viele Exerzervationen im Jahr hatten. Und da gab es dann eine Empfehlung der Goldgruppe, dass man dann mit den Inhalationstherapeutika anfangen würde. Das war dann in den Gruppen A noch schnell wirksame, Beta-Sympathomimetica oder Anticholinergica. Und dann ging man nach dem Krankheitsverlauf der Patienten immer weiter hoch. Man kombinierte dann auch schon mal die Bronchodilitativa. Und irgendwann ab Gruppe C oder D, das sieht man hier ganz schön, wurde dann auch schon mal das Corticoidspray hinzugegeben, plus eben Roflumlonast beziehungsweise Daxas. Und ab Gruppe D war dann alles erlaubt. Hier gab es Monoduale und Trippeltherapien. Aber so ganz war man sich da immer unschlüssig. Nämlich die große Frage war immer, wer profitiert denn jetzt eigentlich vom Cortisonspray oder wer nicht? 2006 gab es von Professor Vogelmeier, das ist so einer unserer führenden deutschen Pneumologen, der auch in der Goldgruppe gibt, eine Empfehlung für ein spezielles Patientenklientel, die durch den Einsatz von Corticoiden profitieren könnten. Und das Ganze war eine Annahme aufgrund Meta-Analysen von großen Studien, die das eben nachgewiesen haben. Und dementsprechend waren ja sowieso zu dem Zeitpunkt damals, wir reden ja jetzt gerade schon vor 14 Jahren, viele Patienten mit einem Cortisonspray versorgt. Und man hatte ein bisschen auch Sorge, dass sich irgendwas in der Therapie ändern könnte, dass die Patienten sich vor allen Dingen verschlechtern, wenn man denen den Cortisonspray entzieht. Also gehen da zum Beispiel die Exzerpationsraten hoch. Das wurde dann aber eindrücklich in der WISM-Studie widerlegt. In dieser Studie hat man nämlich tatsächlich Patienten, die mit einem inhalativen Corticoidspray versorgt waren, diesen weggenommen und ersetzt. Und überraschenderweise sah man, das hatte überhaupt nicht die Exzerpationsraten hochgetragen. Nein, im Gegenteil, die Patienten waren weiterhin stabil. Das Einzige, was dann aufgefallen ist, allerdings erst mit einem zeitlichen Verlauf, war eine etwas eingeschränktere Lungenfunktion. Der FEV1 hat ein bisschen verloren. Das musste man dann dazu eben sagen. Dann kam die FLAM-Studie. Die FLAM-Studie war die erste große Studie, ich habe schon mehrfach über die berichtet, wo wirklich eine hohe Anzahl an auch wirklich kranken ZOPD-Lern untersucht worden sind. Ein Jahr lang ging das Ganze, 3000 Patienten wurden in diese Studie eingeschleust. Und es waren zwei Studienarme, die man hier aufgemacht hat. In dem einen waren es einfach zwei Bronchodilatatoren gegenüber einem Bronchodilatator, einem Beta-Sympathomimeticum, kombiniert mit einem Corticoid. Und hier ging es um die Endpunkte. Wie ist hier das Exzerpationsrisiko? Wie ist die Lungenstärke? Und wie ist auch vor allen Dingen das subjektive Empfinden nach dieser Behandlung? Und da war es ein ganz, ganz spannendes Ergebnis. Man sah nämlich nach dieser Zeit, dass die Exzerpationen, und zwar über alle Exzerpationen angefangen, bei der milden bis hin zur schweren Exzerpation deutlich reduzierter waren, als im Vergleich zu der Gruppe, die eben auch den Corticoidspray in der Behandlung hatten. Auch hinsichtlich von Pneumonien zeigte sich diese Behandlung sehr, sehr sicher. Und die Patienten gaben auch vor allen Dingen an, dass es denen deutlich besser gehen würde. Von daher schien da ja jetzt das weitere Vorgehen relativ klar. Wir alle verzichten auf die Behandlung mit einem Corticoid-haltigen Dosier-Aerosol. Naja, so einfach ist das Ganze aber eben nicht. Nach FLAME kam dann eine neue Studie, die noch größer angelegt war. FLAME waren es 3.000. In der Impact-Studie waren es über 10.000 COPD-Patienten, die noch kränker waren. Das heißt, die waren schon sehr fortgeschritten in ihrem Stadium beziehungsweise in ihrer Zuordnung der Gruppen, hatten alle regelmäßig Exerzerbationen. Entschuldigung, da bin ich einmal zu schnell drauf gekommen. Und waren auch von ihrer Lungenkraft stark eingeschränkt. Und die wurden jetzt ein Jahr lang beobachtet. Es wurden drei Studien einmal aufgemacht. Und zwar einmal eine Trippeltherapie gegenüber einer dualen Therapie mit Broncholiditation und einer dualen Therapie mit einem Corticoid-Dosier-Aerosol. Ja, und was soll ich sagen? Überraschenderweise kam jetzt hier was ganz anderes raus. als in der FLAME-Studie. Hier sah man nämlich bei den Endpunkten, die wieder definiert waren durch den FEV1, also durch die Lungenstärke und natürlich auch wieder über die Exerzerbationsrate definiert waren, dass sich überall die Trippeltherapie viel besser geschlagen hatte. Das heißt, unter Trippeltherapie kam es zu einer deutlichen Reduktion von moderaten bis schweren Exerzerbationen im Vergleich zur dualen Therapie. Und bei der dualen Therapie zeigte sich dann auch die Therapie mit einem Corticoid-Aerosol deutlich überlegen gegenüber der rein bronchodilatativen Therapie. Und auch was die Lungenfunktion betrifft, also der THRU-FEV1, auch hier war wieder die Therapie mit der Trippelmedikation deutlich erfolgreicher als die rein duale und die duale war wieder besser, wenn ein Corticoid-Dosier-Aerosol dabei war, als die rein dilatative. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil jetzt standen wir ja schon wieder alle vor dem Dilemma, naja, welche Studie lügt, beziehungsweise was wurde denn da jetzt genau untersucht, dass so unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen sind. Ich versuche ja einfach mal jetzt einen Erklärungsansatz. Es geht natürlich wie immer um das Studiendesign, was bei beiden Studien recht speziell war. Die FLAM-Studie, da war das Problem oder der Kritikpunkt, dass allen Patienten, die in diese Studie eingeschleust werden sollten, dass man denen ihre bisherige Therapie weggenommen hat und die sind auf eine Monotherapie mit einem Antischolinergikum umgestellt worden. Und wenn die darunter wiederum exerzabiert sind, dann durften sie nicht teilnehmen. Das heißt, hier kann man schon den Vorwurf machen, dass die FLAM-Studie zu gesunde Patienten mit einer COPD in ihrem Studiendesign drin hatte, die sowieso gar kein Cortison brauchen würden. Auf der anderen Seite kann man bei der Impact-Studie eben auch einige Kritikpunkte erheben. Auch hier waren es spezielle Probanden. Und zwar waren es Probanden, die sehr, sehr krank waren. Das heißt, Probanden, die mindestens, die oft mehr als zwei Exerzabationen im Jahr hatten. Und, und das ist, glaube ich, mein persönlich größter Kritikpunkt, hier wurde ein Overlap-Syndrom nicht ausgeschlossen. Das heißt, eine asthmatische Komponente ist im Vorfeld gar nicht definiert worden beziehungsweise zählte nicht zu den Ausschusskriterien. Sobald ich ein Overlap-Syndrom aber habe, gehört der Cortison-Spray eben dazu in der Behandlung. Von daher nach wie vor etwas schwierig, weil wir immer noch nicht so genau wissen, welches Patientenklientel soll denn jetzt eigentlich bei einer reinen COPD mit einem Corticoid-Aerosol behandelt werden. Und jetzt kommt es. Jetzt hat sich nämlich die Goldgruppe zusammengerissen, hat 2019 eine Empfehlung ausgesprochen, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Sie kennen das alle, wir kommen gleich noch dazu, die Asthma-Behandlung. Bei der Asthma-Behandlung geht es um Controller und Reliever. Das heißt, ich habe Basismedikamente, mit der mein Patient durch den Alltag geführt wird, aber man eskaliert oder deeskaliert die Therapie, je nachdem, wie die Symptomlast des Patienten ist. Und das Gleiche hat sich jetzt die Goldgruppe auch für die Behandlung der stabilen COPD überlegt. Und zwar haben die gesagt, die initiale Behandlung, die verändern wir gar nicht mal so sehr wie bisher, sondern auch da geht es darum, in der Gruppe A fangen wir mit einem Bronchodilatator an. Das kann ein Antischulinergikum sein, das kann ein Beta-Sympathomimeticum sein. Ab Gruppe B wird man allerdings ein Beta-Sympathomimeticum empfehlen, weil man einfach weiß, dass darunter das Exerzervationsrisiko nicht zu hoch ist. Ab Gruppe C wäre man dann ganz sicher bei einem langwirksamen Beta-Sympathomimeticum. Und ab Gruppe D lässt dann die Gruppe Gold oder empfiehlt die Gruppe Gold dann eben die Kombination aus Lamas, Labas, ICS, Laba oder sogar Trippeltherapie, ICS, Laba und Lama. Macht allerdings jetzt hier eine Einschränkung und sagt, Sie würden es empfehlen, dass das ICS nur dann angesetzt wird, wenn ich eine Eosinifilenrate im Blut habe von mindestens 300 Zellen pro Mikroliter. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist jetzt erstmal meine Standardbehandlung. Und danach, und das erinnert mich eben sehr stark an unsere bisherigen Asthmatiker, die eben genauso behandelt werden, gibt es ein Entscheidungsmodell. Das Entscheidungsmodell unterscheidet die vorrangigen Symptome meines Patienten. Das heißt, woran leidet er gerade? Hat er ein hohes Risiko für Exerzervationen, dass der andauernd im Krankenhaus ist oder andauernd Bedarfsmedikationen braucht und nicht mehr im Alltag fähig ist oder ist sein vorrangiges Symptom immer noch Atemnot? Bei der Atemnot empfiehlt die Goldgruppe eigentlich nur eine Eskalation meiner Therapie, ohne dass ich auf vieles achten muss. Das heißt, eine Monotherapie wird auf eine duale bronchodilitative Therapie erweitert. Sollte die nicht gut sein, wird man hier ein Corticoid-Aerosol dazu tun. Sollte das immer noch nicht funktionieren, würde ich auf eine Trippeltherapie umschwenken und wenn das immer noch nicht zu einer Symptombesserung, Symptomlinderung führen würde, dann würde man an dieser Stelle einfach nochmal überprüfen, ob der Patient tatsächlich meine Medikamente richtig anwendet. Und je nachdem, wenn er darunter besser wird oder nicht, darf man hier auch wieder deeskalieren. Sie dürfen dem Patient auch wieder sein Corticoides-Dosier-Aerosol wegnehmen. Keine Sorge, das Exerzervationsrisiko steigt darunter nicht. Man muss eben nur auf die Lungenfunktion achten. Es kann sein, dass er etwas an Lungenstärke verliert. Etwas komplizierter ist, wenn das vorrangige Syndrom, an dem mein Patient leidet, die Exerzervation ist. Wenn er häufig exerzabiert, sich akut verschlechtert. Da schlägt momentan die Goldgruppe vor, dass man das anhand der Exerzervationshäufigkeit festlegt, kombiniert mit der Eosinophilenzahl im Blut. Sprich, wenn ich eine Exerzervation habe plus mindestens 300 Eosinophile, dann empfiehlt man hier an dieser Stelle den Einsatz von Cortison. Oder wenn ich mehr als zwei Exerzervationen habe und mindestens 100 Eosinophile, auch dann empfiehlt die Goldgruppe, hier sollte man jetzt behandeln mit einem Cortison-haltigen Spray. Sollte aber diese Begebenheiten nicht vorzufinden sein, das heißt, ich habe entweder nicht diese häufigen Exerzervationen und mindestens 100 Eosinophile oder ich habe generell nicht mehr als 300 Eosinophile bei einer Exerzervation, dann muss man davon ausgehen, dass bei einer reinen COPD der Einsatz des Cortisons auch nichts bringt. Also keinen therapeutischen Erfolg. Und hier wäre dann eher zu überlegen, ob ich auf DAXAS gehe oder tatsächlich auch mit einem Antibiotikum arbeite. Also das waren für mich jetzt wirklich die neuen Erkenntnisse. Sprich, wir sehen die COPD-Behandlung ähnlich flexibel wie die Behandlung eines Asthmatikers. Sprich, ich muss nach seiner Symptomlast gehen, ich muss hier unterscheiden und ich bin mit dem Cortison nach wie vor sehr, sehr zurückhaltend. Sprich, hier wäre die Zusammenfassung dann, Lama und Labas nehmen nach wie vor die zentrale Rolle ein bei der Behandlung der COPD im Rahmen der Dauertherapie bei symptomatischen Patienten und ICS, die bei keiner Eosinophilienzahl im Blut und wenig Exerzervationen nach wie vor ganz gut durchs Leben laufen, dann kann das ICS abgesetzt werden. Das ist gar kein Problem. Nochmal, die Exerzervationsrate wird darunter nicht steigen. Man sollte trotz allem den ICS-Einsatz immer nach Risikonutzen abwählen. Ich habe so kranke Patienten, die davon profitieren. Allerdings nach wie vor weisen Sie jeden Patienten, dem Sie das ICS wegnehmen, darauf hin, dass er kurzfristig eben zu einer Lungenverschlechterung, zu eines Absinkens der Lungenstärke kommen kann. Differenzialblutbild gehört nach den neuen Empfehlungen zum absoluten Muss. Sprich, prüfen Sie die Eosinophilien im Blut, wie viele da sind, ob es mindestens 100 sind, ob es größer 300 sind, das macht dann die Entscheidung einfacher hinsichtlich einer Corticoid-Therapie. Und die Triple-Therapie zum Schluss, das sollte wirklich Patienten vorenthalten sein, wo Sie jede Möglichkeit der andernweitigen Therapie bereits ausprobiert haben und weder hinsichtlich der Dyspnoe noch der Exerzervationsrate einen Erfolg erzielen können. Das waren jetzt ganz, ganz viele Informationen auf einer sehr kurzen Zeitschiene und deswegen möchte ich Ihnen jetzt, bevor wir in die Asthma-Behandlung gehen, noch mal kurz Zeit geben durchzuschnaufen. Und deswegen lassen Sie einfach mal diese Bilder hier auf sich wirken. Es geht hier um eine kleine Studie der Firma Novartis. Hier geht es darum, was die Überblähung, also letztendlich das Emphysem, wie sich das aufwirkt auf das entdiastolische Volumen des linken Ventrikels. Und ich finde, hier sind wirklich ganz, ganz tolle Bilder gelungen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte und die vielleicht auch noch mal klar machen, wie wichtig es ist, dass die Patienten ihre Inhalationspräparate zum einen nutzen und zum anderen richtig nutzen. Also, auf der einen Seite sehen wir ein gesundes Herz, einen gesunden Patienten. Auf der anderen Seite sehen wir einen Patienten mit einem fortgeschrittenen Emphysem bei COPD. Ich denke, das sieht man schon sehr, sehr gut, dass hier das Residualvolumen deutlich vergrößert ist. Normalerweise liegt es bei knapp zwei Litern. In diesem Falle liegt es bei dreifachen Wert, bei 6,4 Litern des Solls eigentlich. Dadurch verringert sich natürlich auch die IC-Kapazität. Und jetzt kommt das wirklich Eindrückliche. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Herzmuskel des Gesunden an. Hier ist ein völlig normales entdiastolische Volumen zu sehen. Und auf der COPD-Seite sehen wir einfach, wie eingeschränkt jeder Herzmuskel nur noch pumpen kann. Also dementsprechend, nochmal seien Sie hinterher bei der Therapie Ihrer Patienten. Machen Sie denen klar, dass es unheimlich wichtig ist, dass Sie Ihre Dosiererosole richtig benutzen. Und wie gesagt, mit der bronchodilitativen Therapie sind Sie bei dem Großteil der Patienten eigentlich immer auf der richtigen Seite. Asthma-Therapie im Wandel. Wir gehen zum nächsten Block über. Die Asthma-Therapie, ich möchte Ihnen jetzt ersparen, wie hier wirklich therapiert wird, sondern ich möchte Ihnen nur die Neuerungen zeigen. Hier gab es nämlich einige spannende Paradigmenwechsel, die mich selber auch zum Nachdenken angeregt haben, wie man Asthmatiker insbesondere in den leichten Stadien richtig und effektiv behandelt. Und das Ganze ist letztendlich in die Wege geleitet worden von Andy Perford. Den wird nicht jeder kennen. Das ist einer der führenden Pneumologen in der Welt, der unter anderem auch mit die GINA-Leitlinien Global Initiative for Asthma Disease mitrichtet. Und er hat 2017 gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen immer noch an asthmatischen Erkrankungen, allergisches Asthma, versterben. Und wir wissen das alles. Es gibt eben ein Patientenklientel, was an einem sogenannten unkontrollierbaren Asthma liegt. Und die Asthma-Therapie als solches funktioniert ja seit Jahren über Reliefer und Controller. Das heißt, ich habe eine Basismedikation und dann gibt es eine Bedarfsmedikation, die dann von meinem asthmatischen Patienten eingesetzt wird, je nachdem, wie er sich fühlt. Und dann wird über Deeskalation oder eben auch Eskalation versucht, die Symptome so niedrig wie möglich zu halten. Und die schauen wir uns jetzt einfach nochmal an. Das ist eine Stufentherapie, wie Sie die alle schon gesehen haben, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, weil wir das gleich etwas uns genauer anschauen wollen. Auffällig ist doch hier die Stufe 1. Die Stufe 1 war nämlich bisher so, dass man eigentlich nichts hatte, sondern hier wurde eigentlich immer nur auf Stufe 1 eine Bedarfsmedikation empfohlen. Und diese Bedarfsmedikation bestand aus einem schnell wirksamen Beta-Sympathomimeticum. Und erst ab Stufe 2 fing man dann an mit einem ICS in niedriger Dosierung. Und das wurde dann von seiner Dosis immer höher. Bei Stufe 4 waren wir schon bei der mittleren und hohen Dosierung. Dann gab es als Neuerung noch, dass ich auch mit einem Antischulinergikum die Asthmatherapie erweitern darf. Oder über Montelocast. Und ab Stufe 5 musste ich dann eben überall die Maximaldosen bei meinem Patienten ausprobiert haben. Wenn ich das nicht mehr gebracht habe, galt die Empfehlung für eine orale Glucocorticoid-Therapie. Und wenn es dann immer noch nicht zu einem Symptomrückgang ging, immer noch häufige Exzerpationen zu verzeichnen waren, ja, dann hat man empfohlen, auf eine Antikörpertherapie zu gehen. Und jetzt wird es spannend. Jetzt ist nämlich Gina und hat gesagt, das geht so eigentlich nicht. Da sind ja Paradoxen. Und zwar ist ja eines der größten, was ich mich auch immer darüber verwundert hat, warum wird auf Stufe 1 eigentlich nicht mit einem Corticoidspray therapiert, obwohl es sich doch auch da um eine chronische Entzündung handelt. Und warum kann der Patient auch entscheiden, wann er seine schnell wirksamen Beta-Sympathomimetika nimmt? Warum gibt es da nicht einfach eine feste Dosis? Insbesondere mittlerweile weiß man, dass die erhöhte Einnahme von zu viel Sabas die bronchiale Hyperreabilität steigert und leider auch die Mortalität. Und im Vergleich zu den Kombinationstherapien von ICS und LABA schneidet die Sabamonotherapie einfach viel schlechter ab. Natürlich wissen wir, woran das liegt. Die Patienten wollen eine schnelle Symptomlinderung. Und bisher galt es ja immer so, dass das über einen reinen Corticoidspray nicht zu erreichen ist, was ja auch stimmt. Aber mit einer Kombination wird man hier an dieser Stelle auch, glaube ich, ganz glücklich werden. Und zum anderen, das hat die ER-Studie auch nochmal gezeigt, viele haben einfach Sorge, statt dass sie durch ICS, also durch den Einsatz von inhalativen Corticoiden, eine systemische Belastung des Körpers zu verzeichnen haben und wenden deswegen lieber ein schnell wirksames Beta-Sympathomimeticum an. Teilweise aber eben mit fatalen Folgen, weil bei einem übermäßigen Gebrauch, und der liegt bereits bei drei Kanistern pro Jahr, also wirklich nicht viel, erhöht sich das Mortalitätsrisiko, die Exerzervationen steigen, teilweise bis um das Zehnfache. Und das, wo wir ja doch so gute Daten haben, dass unter ICS und Beta-Sympathomimeticum-Therapie das Sterblichkeitsrisiko viel geringer ist. Und deswegen hat sich jetzt Gina hinreißen lassen zu einer Änderung, zu einer wirklich bahnbrechenden neuen Empfehlung. Hier haben wir noch einmal das alte Empfehlungsmodell, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Und jetzt gehen wir über, was Gina jetzt neu empfiehlt. Und zwar sehen wir hier Step 1. Hier wird nicht mehr mit einem schnell wirksamen Beta-Sympathomimeticum agiert, sondern die Empfehlung lautet eigentlich entweder ICS oder, wenn es geht, eine Kombinationstherapie aus ICS und Formaterol. Das ist wirklich eine Neuheit, weil man eben gesagt hat, also der Patient auch mit wenig Symptomen, also wirklich einem leichten Asthma, braucht zum einen eine Therapie gegen die chronische Entzündung und er braucht etwas schnell Wirksames, wenn er gerade wieder Symptome hat. Und das Gleiche zieht sich dann auch weiter durch. Das heißt, auch hier arbeite ich in den ganzen weiteren Schritten vor allen Dingen immer wieder mit ICS-Formaterol-Fix-Kombinationen. Man muss allerdings sagen, die waren bis vor einigen Monaten noch nicht zugelassen. Das heißt, obwohl es im praktischen Gebrauch von vielen Lungenärzten schon ganz anders angewendet wird, warten wir hier noch auf eine Zulassung. Letztendlich GINA empfiehlt es aber auch, dass man eben eher mit einem ICS oder einer Kombinationstherapie hantiert, als mit dem Einsatz von schnell wirksamen Beta-Sympathomimetika. Das, was sich weiterum geändert hat, das war, dass man im Step 4 nicht mehr eine hohe Dosierung, also eine Ausdosierung meines inhalativen Corticoids empfiehlt, sondern hier maximal die Medium-Dosis. Und nur wenn das nicht funktioniert, würde ich auf Step 5 alle Möglichkeiten der aktuellen Asthma-Therapie dann versuchen. Sprich, hier gibt es die hohe Dosen der ICS-Laber-Therapie kombiniert, vielleicht auch noch mal mit Motulukast, beziehungsweise mit einem Antischulinergikum. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann bin ich dabei und gebe erstmal niedrig dosierte orale Corticosteroide. Und wenn diese ganzen Kombinationen immer noch nicht zu einem Abfall der Symptomlast führen, dann muss ich auf die Antikörpertherapie umschwenken. Und da möchte ich auch noch einige Worte zu verlieren. Aktuell sind fünf, das sind die fünf wichtigsten, ein sechstes ist gerade in der Zulassung, sind fünf Biologicas zugelassen. Das ist das Omalizumab, das Mepulizumab, Resilizumab, das Benralizumab und das Dupilumab. Und das ist gar nicht mal so einfach, die Patienten zu finden, für die das jeweilige Biologika Sinn macht. Und dementsprechend habe ich mir jetzt einfach mal die Mühe gemacht und für die wichtigsten die Grundvoraussetzungen zusammengeführt. Das schwere allergische Asthma, das bedeutet einen positiven Pricktest müssen Sie haben. Sie müssen eine erhöhte Gesamt-IgE-Konzentration im Serum nachweisen und am besten auch noch Paezone. Viele im peripheren Blut würde hier mit Omalizumab behandelt werden. Das ist ein Anti-IgE-Antikörper, ein Klassiker, der bei sehr, sehr vielen Patienten wirklich zu einer deutlichen Reduktion der schweren Exzerzervationen führt. Es kommt zu einer verbesserten Asthma-Kontrolle mit natürlich damit einhergehender verbesserten Lebensqualität und auch, und das ist wichtig, Abnahme des Glucocortiidsbedarf. Das ist, glaube ich, immer wichtig, was Sie auch den Patienten erklären müssen. Nur weil eine Antikörpertherapie anschlägt, bedeutet das allerdings nicht, dass komplett auf alle anderen Medikamente verzichtet werden kann. Aber was man ja eben will, ist eine Symptomfreiheit und eine Reduktion der anderen Therapien. Voraussetzungen nach wie vor, das Gesamt-IgE muss mindestens zwischen 30 und 1500 liegen. Und es muss eben trotz einer Hochdosis ICS und LABA zur Exzerzervation gekommen sein, die natürlich mit einer Einschränkung der Lungenfunktion einhergehen. Das schwere Eosinophiler-Asthma ist ja dadurch definiert, dass ich hier eine abnormale Produktion habe, und zwar von Typ-2-Zytokinen, die wiederum dafür sorgen, dass ich jetzt hier plötzlich mehr als 300 Zellen pro Mykoliter Blut an Eosinophilen habe. Und ich habe immer noch trotz einer austherapierten, medikamentösen Wahl hohe Phenowerte im sogenannten Phenotest. Und da gibt es die Empfehlung von Anti-IL-5-Antikörper. Antikörper Mepulizumab und Reslizumab sind die, die momentan zugelassen sind, die eben ganz spezifisch an Zytokin-IL-5 binden und dadurch eben sorgen, dass der Patient auch hier beschwerdefreier wird. Und hier funktioniert auch der Therapieerfolg drüber. Die Blut-Eosinophilen reduziert dementsprechend, kann man darüber und natürlich auch anhand eines verbesserten Phenotests sehen, dass man nun ein nicht kontrollierbares, sehr schweres Asthma unter Kontrolle gebracht hat. Also wichtig hier nochmal bei der Asthma-Therapie, auch in den leichten Stadien, ist es momentan so, dass eher der ICS bzw. die Kombinationstherapie von ICS und einem Beta-Sympathomimeticum empfohlen wird, sowohl als Controller wie auch als Reliefer. Und dass die schnell wirksamen Beta-Sympathomimeticum deutlich in den Hintergrund gerückt worden sind und eigentlich schon noch dann gegeben werden sollen, wenn sie als Alternative funktionieren, weil die zwei anderen Substanzen hier nicht ihre Pflicht getan haben. Erstmal vielen Dank bisher und jetzt kommen wir zum nächsten Part. Ja, vielleicht vorab, Herr Esser, vielen Dank mal für den ersten Part, Asthma und COPD. Da gibt es auch schon eine Frage aus dem Chat bezüglich COPD. Gibt es noch eine Indikation für eine Antibiose bei ex-azerberter COPD, CRP-Wert als Grundlage, Querstrich Leukozytose? Genau, ich hatte es eben schon angesprochen und zwar nach den neuen Ideen unserer Goldgruppe, wäre bei Patienten, die keinen erhöhten Erosonifilen haben, beziehungsweise die mehr als keinen Anspruch haben auf einen Cortochiidspray, wäre eine antibiotische Therapie zu erwägen. Wenn man dann sogar schon erhöhte Infektionsparameter hat, wie beispielsweise das CRP oder eine erhöhte Leukozytose, macht das Ganze auch Sinn. Gut, dann gibt es noch eine Frage. Luftnot trotz optimaler Therapie bei COPD, wie finde ich den KHK-Patienten? Sind ja meist alles Raucher. Absolut und ich hatte es eben ganz kurz gezeigt in dem Bild, wo es darum ging, was die Überblähung mit dem entdiastolischen Volumen anrichtet des linken Ventrikels. Also sieben von zehn COPD-Patienten haben eine KHK. Dementsprechend kann man hier sehr, sehr großzügig sein und ich glaube, jeder, bei dem eine fortgeschrittene COPD diagnostiziert wurde, der sollte auch dringend einem Kardiologen vorgestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der auch eine fortgeschrittene KHK hat, liegt eben bei 70 Prozent. Noch eine Frage. Ist jedes ICS gleich? Nein, die ICS unterscheiden sich vor allen Dingen in ihrer Konzentration und dementsprechend sollten sie sich etwas auseinandersetzen, dass sie nicht direkt mit der höchsten Konzentration anfangen, beispielsweise mit einem flutikason-haltigen Dosier-Aerosol. Man kann da auch da die Therapie eskalieren und diese Mühe sollte man sich machen. Es gibt auch noch Unterschiede hinsichtlich der Handhabung. Das sollte individuell mit jedem Patienten besprochen werden. Ich empfehle da vor allen Dingen auch immer wieder die Atemwegs-Liga. Die hat sehr, sehr gute Videos, auch mehrsprachig auf den Markt gebracht, die die richtige Anwendung zeigen. Die meisten Therapieversage entstehen nämlich dadurch, dass die Patienten ihre, ich sage es jetzt mal ganz läppig, Pümpchen nicht richtig verwenden. Und dadurch kann der Wirkstoff einfach nicht in die Lunge und dort ansetzen und da seine Wirkung entfalten. Gut, weitere Fragen habe ich jetzt zunächst hier nicht bezüglich dieses Themas. Dann können wir überleiten zum nächsten Thema. Vielleicht bevor Sie zu den Impfgeschichten kommen von Corona und Covid. Wir selbst haben hier relativ viele Erfahrungen und viele Expertise gesammelt in der Behandlung von Covid-19-Patienten, sowohl im Rahmen der Isolierstation, also nicht intensivmedizinisch, als auch intensivmedizinisch. Vielleicht wollen Sie da einleitend ein paar Sätze verlieren, wie die aktuelle Therapie so aussieht und wie die Patienten am besten behandelt werden, wenn es auch natürlich überwiegend nur eine symptomatische Möglichkeit gibt, immer noch. Genau, vielen Dank für die einleitenden Worte. Sie haben es leider auch schon gesagt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jahr Pandemie liegt jetzt hinter uns und wir haben viel gelernt über das Virus. Wir haben auch viel über die Behandlung gelernt, insbesondere, dass wir eigentlich nur hier Symptome behandeln können. Nichtsdestotrotz, hier waren viele Dinge, die uns als Ärzte, Ärztinnen doch dramatisch überrascht haben. Unter anderem, dass der Krankheitsverlauf in mehreren Schüben kommen und gehen kann. Das heißt, eine zunächst vielversprechende Verbesserung führte im nächsten Moment dazu, dass der Patient plötzlich dramatisch abgebaut hat und nach mehreren Tagen stationärem Aufenthalt es doch auf der Intensivstation intensivmedizinisch versorgt werden musste. Wir haben die Happy Hipox kennengelernt. Die Patienten, die noch aufrecht in die Ambulanz reinmarschierten, sagten, sie hätten jetzt ein wenig Luftnot, wo die periphere Sauerstoffkonzentration dann schon bei unter 75 Prozent lag. Die Blutgasanalyse eine dramatische respiratorische Insuffizienz zeigte und die dann auch direkt danach respiratorisch so eingebrochen sind, dass sie oft nur noch notfallmäßig intubiert werden konnten. Das Ganze führt mir mittlerweile auf eine Fehlregulation unseres Atemzentrums zurück. Wir haben festgestellt, dass Covid-19 eine systemische Erkrankung ist und eben nicht nur eine Erkrankung, die die Lunge stark schädigt, sondern hier kommt es zu einer Veränderung der Fließeigenschaften des Blutes. Wir hatten hier erhöhte Thrombosen, tiefe Beinvenenthrombosen, die wiederum zu einer Lungenembolie führten, was dann auch einige Todeszahlen verursacht hat. Und wir mussten auch umdenken in der Beatmung. Zunächst galt es ja auch zum Schutz des Personals, dass Patienten großzügig intubiert werden und danach mechanisch beatmet werden. Leider waren die Verläufe teilweise so fulminant und die Lunge so durchsetzt von Infiltraten, dass man sehr, sehr hohe Beatmungsdrücke anwenden musste. Die Bauchlage wurde hier angewandt und mittlerweile ist man eher wieder davon zurück und bietet High-Flow-Sauerstoffbehandlung an, nicht invasive Behandlung, weil man einfach weiß, dass es dadurch einfach bei manchen Patienten zu einer Verhinderung der Intubation kommen kann und vielleicht sogar zu einer schnelleren Genesung. Was ich spannend finde ist, wir sehen ja oft immer nur die wirklich schweren Verläufe hier. Ich durfte aber Gott sei Dank auch teilnehmen an einigen Studien. Unter anderem ist momentan die spannendste Studie an der Sporthochschule in Köln vorzufinden. Hier werden nämlich Hochleistungsathleten, Kaderathleten, Olympioniken getestet. Und zwar sind das alles Athleten, die Covid erkrankt waren und nun genesen sind, aber immer noch eine gewisse Symptomlast haben und die werden jetzt nachbeobachtet. Nach wie vor können wir nicht wirklich sagen, was diese sogenannten Long-Term-Covid-19-Folgen so richtig beinhalten. Was wir aber wissen ist, dass wir solche Dinge haben, wie obstruktive Ventilationsstörungen im Sinne eines postinfektiösen Asthmas, die Triggerung von Autoimmunerkrankungen, Fatigue. Unheimlich viele klagen über dieses wahnsinnige Abgeschlagenheitssyndrom und nach wie vor klagen viele, gerade auch jüngere Patienten mit milden Verläufen über kognitive Probleme, sei es jetzt Schwindel, demenzielle Syndrome, Panikerkacken, die alle nach dieser viralen Erkrankung zwei, drei, vier, fünf Monate später aufgetreten sind. Das ist alles nichts Neues, wird jetzt der ein oder andere Kollege sagen. Das kennen wir auch von anderen viralen Erkrankungen, aber definitiv nicht in dieser Breite und nicht in dieser Häufigkeit. Und aus diesem Grunde sehe ich als einzige Notwendigkeit, jetzt sicher diese Pandemie dauerhaft zu widersprechen, die Impfung. Insbesondere auch mit Blick, dass wir momentan auch einen Selektionsdruck aufbauen. Wir reden die ganze Zeit vom B.1.1.7 der englischen Variante, die wahrscheinlich dadurch entstanden ist, dass starke immungeschwächte Patienten auf der Intensivstation mit Antikörpern von Genesenen behandelt worden sind, aber eben nicht komplett neutralisiert worden, sodass hier eben diese Mutante entstanden ist, die jetzt zum Glück nur infektiöser ist. Aber aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir hier dann auch eine Version haben, die infektiöser ist und auch letaler verläuft. Was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass wir leider gerade unter den Professionellen, sei es jetzt Krankenschwestern, Krankenpfleger, aber auch Ärzte und Ärztinnen, immer noch einen hohen Anteil an Impfskeptikern beziehungsweise Impfängstlichen haben. Das ist ja ein bisschen erstaunlich, weil ja ausgerechnet wir, die ja hier an der Front gearbeitet haben und immer noch arbeiten, ja eigentlich der Gefahr bewusst werden sein sollten und jetzt dennoch so zurückhaltend sind. Und das Gleiche, das finden sich auch in vielen anderen Kliniken. Ich habe gerade eben noch mit Professor Jansens aus Echweiler telefoniert, der um die Jahreswende nur 50 Prozent impfwilliger hatte. Und das spiegelt sich auch in der sogenannten Cosmo-Studie wieder. Das läuft unter Covid-19 Snapshot-Monitoring, die immer wieder im letzten Jahr Umfragen durchgeführt hat zu verschiedenen Themen und mit verschiedenen Subgruppen der Bevölkerung und auch uns gefragt hat, wer lässt sich impfen, wer lässt sich nicht impfen. Und um die Dezemberzeit herum waren es wirklich nur 50 Prozent, die gesagt haben, ja, ich lasse mich impfen, während der Rest gesagt hat, ich bin da eher zurückhaltend, weil ich Sorgen und Ängste habe. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Die fünf wichtigsten Punkte werden von Cosmo so zusammengefasst, dass es zum einen Probleme gibt hinsichtlich der Sicherheit des Impfstoffes, dass sich da viele Personen darum Sorgen machen. Der zweite Grund ist, dass sie kein wirkliches Vertrauen haben, dass sie sagen, für mich ist eigentlich gar nicht, stellt Covid-19 gar keine große Bedrohung dar. Das heißt, sie erkennen gar nicht den Ernst der Lage. Es wurde auch angegeben, dass denen das viel zu kompliziert ist, diese Impfung überhaupt zu erhalten, weil auch da nicht ganz klar war, wo muss ich eigentlich hingehen? Werde ich angeschrieben? Zu welcher Prioritätengruppe gehöre ich einfach? Dann war es so, dass viele gesagt haben, ihnen fehlt es an Informationen und sie würden sich gerne umfassender informieren. Der letzte Teil der Gruppe, das war der unsolidarischste, der hat einfach gesagt, naja, wenn ich Covid kriege, dann ist mit einem leichten Verlauf zu rechnen und dementsprechend ist mir eigentlich auch egal, wie es den anderen geht. Hauptsache, ich führe mein Leben weiter ohne große Einschränkungen. Und ich möchte Ihnen jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, einfach einige Fragen an die Hand geben, die immer wieder gestellt werden, die mir in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr häufig gestellt wurden, mit den dazugehörigen Antworten, in der Hoffnung, dass Sie dadurch einfach viele Impfängstliche, viele Impfskeptiker nochmal abholen können. Die häufigste Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, ist, wie sicher kann eigentlich ein Impfstoff sein, der innerhalb von einem Jahr zusammengepanscht wurde, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Und diese Leute muss man immer wieder da abholen, dass man sagt, ja, wir haben mit einem mRNA-Impfstoff natürlich jetzt zum ersten Mal Menschen geimpft, aber generell ist das Verfahren seit mehr als zwei Jahrzehnten schon im Gebrauch, zwar nicht am Menschen, sondern in Zell- und Tierversuchen, aber es ist ein Verfahren, das jetzt nicht besonders neu ist und in diesem Jahr sind natürlich Arbeitsgruppen zusammengelegt worden. Es wurde eventuell viel Geld investiert, um eben genau diese Zeit, die man sonst lange braucht, eben zu verkürzen, um schnell an einen Impfstoff ranzukommen. Letztendlich ist aber trotzdem dieser Impfstoff durch alle Verfahren durchgegangen, die wichtig sind, dass wir davon ausgehen können, dass er sicher ist, sei es die Phase 1, 2 und 3 Studien, wo Zehntausende von Menschen geimpft worden sind, um eben zu schauen, wie ist die Effektivität des Impfstoffes, was gibt es hier eventuell an Nebenwirkungen. Aber selbst das Paul-Ehrlich-Institut und die EMA hat ja dann nachher gesagt, es handelt sich hier um einen sicheren Impfstoff. Die zweite Geschichte ist, dass es leider immer wieder durch die Medien aufgebracht dann Fragen gibt hinsichtlich der Verimpfung als solche. Sprich, wie kann es sein, dass gerade jetzt bei BioNTech eine Mehrdosen-Charge, fünf Dosen waren geplant, dass daraus jetzt eine sechste Dosis abgenommen werden kann. Hier fiel dann oft der Vorwurf der Streckung. Und auch da können Sie die Impfängstlichen abholen, indem Sie erklären, dass die meisten Medikamente und Impfdosen immer einen sogenannten Überhang haben. Der ist vorgeschrieben, damit ganz sicher die vorgeschriebenen Dosen auch abgezogen werden können, auch vielleicht für einen etwas unerfahrenen Arzt oder einer Schwester oder einem Krankenpfleger. Und in diesem Fall hat BioNTech halt sehr, sehr großzügig diesen Überhang ausgeschüttet, sodass man daraus nach wie vor eine sechste Dosis gewinnen kann, ohne dass der Verimpfte die Sorge haben muss, dass die Dosis zu reduziert wäre. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wann muss die zweite Impfung erfolgen beziehungsweise warum kann ich das so scheinbar willkürlich strecken nach hinten. Das stimmt ja nicht so ganz, sondern die Unternehmen haben mindestens 60 Tage ausgeschrieben. Von der EMA sind 42 Tage als Maximum erlaubt. Also am 42. Tag muss die zweite Impfung erfolgen. Die Angst besteht natürlich darin, dass zum einen die Patienten den Impftermin nicht mehr wahrnehmen oder zum anderen, dass das Virus wieder unter Selektionsdruck gerät. In diesem Falle muss man aber sagen, kann man hier ziemlich sicher Entwarnung geben. Und der Vorteil durch eine Verlängerung zur zweiten Impfdosis besteht natürlich darin, dass viel mehr Menschen bereits die erste Dosis erhalten können, wie eigentlich bis dato geplant war. Dann, was ich ganz, ganz spannend fand, war eine Frage von einer Krankenschwester, die sagte so, okay, ich kriege jetzt hier eine Messenger-RNA gespritzt, geht die eigentlich in alle Körperzellen und bleibt die da? Das ist eine Frage, da muss ich gestehen, die kann ich jetzt auch nicht mal ad hoc beantworten. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, dann habe ich es recherchiert und nein, natürlich nicht. Ja, diese Messenger-RNA geht vor allen Dingen in die Abwehrzellen, Schwerpunkt zum Beispiel dendritische Zellen und dort werden dann die Antikörper gebildet und die Messenger-RNA überdauert natürlich nicht, die wird abgebaut über sogenannte Ribonukleasen. Es war sogar ein großes Problem für die jeweiligen Unternehmen, einen Impfstoff herzustellen, der stabil genug ist. Also, dass überhaupt die Zeit bleibt, Antikörper herzustellen, bevor er zerfällt beziehungsweise, dass er gar nicht erst bis zur Zielzelle ankommt. Und einer der Hauptängste ist natürlich, verändert eine Messenger-RNA meine Erbinformation, meine DNA. Und da ist die Antwort natürlich sehr, sehr einfach. Nein, kann sie nicht. Diese Messenger-RNA kommt nicht bis in den Zellkern und auch dort könnte sie nur mit zwei weiteren Enzymen tatsächlich die Erbinformation verändern, die aber beim Menschen schlichtweg nicht vorliegen. Das waren so die häufigsten Fragen zu den Nebenwirkungen. Es ist noch einfach zu sagen, die Nebenwirkungen sind ja absolut überschaubar. Es handelt sich um die ganz normalen Nebenwirkungen, wie wir sie auch von vielen, vielen anderen Impfungen kennen. Das heißt, angefangen bei der lokalen Rötung über vielleicht einen leichten Schmerz der Einstichstelle bis hin zu leichten Infekten, ein bisschen Fieber. Man fühlt sich halt so ein bisschen grippig und abgeschlagen. Es sind mittlerweile mehrere Millionen Menschen geimpft worden. Leider werden immer die Fälle dann sehr hoch gepusht in den Nachrichten, die einen schweren Verlauf hatten. Das waren jetzt hier, glaube ich, drei Asthmatiker, zwei in England, einer in Amerika, die sich auch nachher als schwerster Allergiker herausgestellt haben, die auch einen, die ein Notfallset dabei hatten mit Cortison und Adrenalin-Pen. Natürlich hat jede Impfung auch Stoffe, Trägerstoffe, die theoretisch allergisches Potenzial haben. In diesem Falle wird es vielleicht das PEC gewesen sein, Polyethylenglucol. Nichtsdestotrotz, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, diese Asthmatiker, Allergiker abzuholen, indem man sie impft, aber eben die Nachbeobachtungszeit deutlich verlängert. Ich kann nur sagen und ich hoffe, da stimmen Sie mir eben auch zu, wer heute geimpft wird, gehört definitiv zu den Privilegierten und das sollten wir uns einfach zu Gemüte führen. Dementsprechend kann ich Sie natürlich nur alle auffordern, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und die Patienten oder vielleicht auch das Fachpersonal, was sich hier ängstlich und sorgt, einfach abzuholen mit schlagfesten Argumenten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Esser. Da kann man nur zustimmen und natürlich auffordern, weil ich glaube, wir haben ja jetzt auch, Sie haben es erwähnt, einige Millionen Geimpfte bereits, wo die Nebenwirkungsrate entsprechend niedrig ist und, sage ich mal, der Impfstoff gut verträglich ist, was wir sonst in der kurzen Zeit ja bei keiner anderen Verimpfung in dem Maße haben, dass wir die Möglichkeiten haben, auf so viele bereits geimpfte Patientinnen oder Menschen zurückgucken zu können. Nun gibt es ja zunächst zwei, der dritte ist in der Pipeline von AstraZeneca, der Impfstoff, das ist dann ein anderer Ansatzpunkt, mit auch einer anderen Wirksamkeit ein bisschen, aber ich meine, man hat nicht die Möglichkeit, jetzt auszuwählen, sondern muss das nehmen, was man kriegt. Ja, da darf ich kurz einschreiten, wenn ich darf. AstraZeneca hat ja einen vektorbasierten Impfstoff rausgebracht, also da werden abgeschwächte Adedoviren, die aber letztendlich auch den Bauplan des Spike-Proteins mit sich tragen, die normalerweise mit Schimpansen eine leichte Grippe zuführen, den Menschen gespritzt und ja, die Wirksamkeit ist überraschenderweise nicht ganz so hoch, aber auch hier, die Pair-Reviews sind da nicht ganz klar. Interessanterweise ist die Wirksamkeit bei der halben Dosierung deutlich effektiver als bei einer hohen Dosierung. Was man aber sagen muss ist, hier scheint dieser Impfstoff so eine fleißige Arbeitsbiene zu sein, sprich, der ist unheimlich leicht zu verarbeiten, der muss nicht gut runtergekühlt werden, der ist sehr unanspruchsvoll und wir müssen eins überlegen, Herr Sievers, nicht alle Länder haben so einen Luxus wie wir hier in Deutschland. Es dreht sich auch nicht alles um Deutschland, sondern wir reden hier von einer weltweiten Pandemie. Das heißt, Länder wie Afrika oder Länder in Brasilien, die einfach gar nicht diese Möglichkeit haben, auf minus 70 Grad überall runterzukühlen, werden von diesem Impfstoff absolut profitieren. Ja, richtig. Das ist ein wichtiger Punkt und wir müssen jetzt und das nochmal auch im Anschluss oder in Einklang mit Ihrem Appell natürlich Folgendes sehen. Wir haben jetzt wieder die Diskussion, dass der Lockdown verlängert oder sogar intensiviert wird und wir kommen einfach aus der Situation ja nicht heraus, wenn wir nicht durchimpfen und dann entsprechend die Herdenimmunität erreichen, sodass wir dann aus dem Kopf aus der Schlinge ziehen können und endlich wieder in eine bestimmte Normalität übergehen können. Aber da frage ich nochmal gerade nach der Einschätzung der Mutationen und der Wirksamkeit des aktuell vorhandenen Impfstoffes, der zumindest, was jetzt den BioNTech-Pfizer-Impfstoff angeht, ja offensichtlich auch gegen zumindest die ersten Mutationen wohl wirksam sein soll. Inwieweit denken Sie, dass die Firma in der Lage ist, auch weitere Mutationen zu modifizieren oder auch, dass der Wirkstoff gegen diese weitere Mutationen wirksam ist? Also zum einen hat ja BioNTech zumindest schon mal verlaubbaren lassen, dass der Impfstoff Gott sei Dank gegen diese neue Mutation wirksam ist und dass es auch kein Problem ist, hier nachzujustieren. Aber Sie greifen da einfach nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema auf, warum wir jetzt einfach mit dem Impfen loslegen müssen. Es entsteht ein Selektionsdruck, weil wir eben nur unzuverlässige Therapien haben. Wir gehen davon aus, dass das neue Virus B.1.1.7 in England eben durch einen schwer erkrankten Patienten oder natürlich auch durch mehrere erkrankte Patienten entstanden ist, die mit Antikörper von genesenen Patienten behandelt worden sind, da aber eben nicht komplett neutralisierend war und es eben jetzt diese Mutation gab. Diese Mutation zeichnet sich ja dadurch aus, dass es hier zu einer Mutation viel größeren Ausmaßes gekommen ist. Das heißt, es sind Dutzende von Aminosäuren plötzlich ausgetauscht worden, richtig große Proteinbaukomplexe, was man vorher gar nicht kannte von den sonst ablaufenden Mutationen. Gott sei Dank ist ja Corona bisher eher sehr träge gewesen und nach meiner Meinung haben wir einfach nicht mehr viel Zeit. Es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir nicht nur eine Virusmutante bekommen, die infektiöser ist, sondern die einfach auch dramatischer im Verlauf da sein wird und deswegen müssen wir impfen. Frage noch zur Impfpflicht. für medizinische Berufe. Das ist ja auch ein Thema gewesen, was der Herr Ministerpräsident Söder aufgebracht hat, was unterschiedlich diskutiert wurde und eingeschätzt wurde. Es gibt ja auch die Anregung, dass man den Deutschen Ethikrat in diese Einschätzung mit einbezieht. Wie sehen Sie das? Ich bin da völlig gegen. Ich bin kein Freund von Pflichten, sondern ich bin eher der Freund davon, dass man Skeptiker überzeugt mit transparenten Informationen, dass man sich die Mühe macht und da sehen wir uns halt, da sehe ich uns in der Verpflichtung, die Ärzte, Ärztinnen, dass wir halt Sisyphus ähnlich immer wieder anfangen, Informationen aufzubereiten und zwar für jedes Klientel, jetzt nicht nur für Krankenschwester, Krankenpfleger, also im professionellen Bereich, sondern eben auch im nicht professionellen Bereich. Das ist unser Job und ich glaube, damit holen wir viel mehr Leute ab als durch eine sogenannte Impfpflicht. Und Sie müssen sich einzig überlegen, Herr Sievers, stellen Sie sich vor, eine Krankenschwester wird geimpft und erleidet danach einen schweren allergischen Schock, also gegen ihren Willen. Da wird man ja seines Lebens nicht mehr froh und dementsprechend bin ich eher der Freund davon, alle Fragen, alle Ängste aufzunehmen, zu beantworten und ich bin mir sicher, wenn man das souverän macht, dann kann man auch eine große Anzahl von hier arbeitenden Menschen impfen. Ja, man muss Überzeugungsarbeit leisten, das ist auch meine Einschätzung, das ist auch die Einschätzung des Deutschen Ethikrates. Ich hatte in einem meiner letzten Talks auf SIVA-Sprechrunde den Professor Frister aus dem Deutschen Ethikrat zu Gast, der, sage ich mal, diese Einschätzung auch im Namen des Deutschen Ethikrates geteilt hat und auch sagte, die Impfpflicht ist erstens sehr schwierig durchzusetzen. Man sieht das bei den Masern, das ist ja auch so eine quasi Impfpflicht. Das ist eher eine Impfaufforderung zur Verhinderung von Sanktionen, aber so eine richtige Impfpflicht ist eben auch schwierig durchzusetzen. Ich denke, da ist die Aufklärung schon extrem wichtig. Jetzt hat mich hier im Chat noch gerade eine Frage erreicht. Gestern berichtete FATS Online von einer Beobachtung aus Norwegen von 51 Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Dies waren alles multimorbide Heimpatienten, sodass auch eine Zufälligkeit gegeben sein kann. Wie gehen wir damit jetzt um? Ich bin Mitglied des Impfteams in Remscha der Heimen. Ich glaube, es ist ja gerade schon erwähnt worden, ich kenne diese Schlagzeile auch. Leider gibt es überhaupt noch keine wirklichen Hintergrundinformationen. Sprich, hier muss nochmal genau nachgeforscht werden. Es wurde ja schon das Beiwort multimorbide erwähnt und man muss eben auch diesen Patienten, wir reden hier von Hochrisikopatienten, die, die als erste geimpft worden sind, sind über 80 Jahre alt und richtig krank. Das heißt, auch die dürfen einfach am Ende ihres Lebens sein. Und das kann natürlich jetzt zeitlich zusammenhängen. Man muss es einfach aufarbeiten und nochmal nachprüfen. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass es nicht ursächlich mit der Impfung zusammenhängt. Genau, mittlerweile sind ja auch anderorts sehr, sehr viele Patienten der Altersgruppe, die auch multimorbide waren, geimpft worden und da ist soweit nichts passiert. Insofern muss man es aufarbeiten. Dass es natürlich einzelne Zwischenfälle an der einen oder anderen Stelle mal geben wird, ist, glaube ich, auch nicht zu vermeiden. Und das muss man auch ehrlich sagen, das ist eben so, wie bei jeder Medikamente, bei jedem Medikament, jeder Pillen, die man einnimmt, gibt es ein gewisses Restrisiko. Aber das ist ja eine Nutzen-Risiko-Abwägung und hier fällt natürlich das Pendel in Richtung Nutzen aus anstelle in Richtung Risiko. Absolut. Das ist ja auch immer eine Sorge. Was ist eigentlich mit den Langzeitwirkungen? Und bei den Langzeitwirkungen, da kann man jetzt nichts Seriöses sagen, sondern das wird eben die Nachbeobachtung erst ergeben. nur, wenn man einfach sieht, wie diese Impfung mit mRNA, mit Messenger-RNA funktioniert, dann muss man davon ausgehen, dass keine Langzeitfolgen, keine größeren Langzeitfolgen entstehen werden. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, wenn wir immer so vorgehen würden, dann hätten wir kein einziges Medikament. Das ist leider eben das Restrisiko, was Sie gerade beschrieben haben, was ich aber glaube, in diesem Fall akzeptabel ist. Noch eine Frage. Noack bei Impfungen pausieren. Warum? Davon wäre mir neu. Das würde ich immer weitergeben. Müsste der Kollege oder die Kollegin vielleicht nochmal eine Hintergrundinformation bieten. Kann ich nicht so sagen. Kontraindikationen kann ich vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen. Also Kontraindikationen sind momentan schwangere Frauen, für die wird diese Impfung nicht empfohlen. Nicht, weil man denkt, die wäre schädlich, sondern weil gerade im ersten Trimidon immer ein höheres Risiko ist für einen Abort und dass man nicht in Zusammenhang mit der Impfung bringen möchte. Das Gleiche kennen wir von der Influenza-Impfung. Die Impfung ist erst ab 16 vorgesehen und Patienten beziehungsweise Menschen wie ich mit einer nachgewiesenen, durchgemachten Covid-19-Erkrankungen sollten jetzt erstmal zurückstehen. Ich denke, das wird sich ändern, wenn wirklich genügend Impfstoff da ist und alle anderen Menschen in Deutschland durchgeimpft sind. Prima. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick über Covid-19 gegeben, über den aktuellen Stand auch mit den Impfungen, wie damit umzugehen ist und viele Fragen auch beantwortet und hoffentlich offene Fragen entsprechend gecovert. Vielen Dank, Herr Esser, für die umfassende Information zum Themenblock Pneumologie. Ich danke. Es waren jetzt viele Informationen in einer Stunde. Viele Informationen, aber das ist ja auch gut. Deswegen machen wir aber jetzt nochmal eine Pause von einer halben Stunde und sehen uns dann entsprechend wieder um etwa 10, um 20 nach 2 für den Themenblock Diabetes Mellitus. und da haben wir auch noch sehr interessante Themen und auch Fallbeispiele, also Praxisbeispiele, was ja auch wichtig ist, damit man weiß, wie man einen Patienten vor einem sitzt auch vernünftig und suffizient behandeln kann. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Pause.